Okay, nächster Kampf Salzburger Noël aus Österreich gegen Höflinger Sebastian. Das ist 79 Kilogramm. Und los geht's. Direkte Aktion von Noël mit der vorderen Faust trifft, Punktend, 1 zu 0 Führung. Das erste mit der vorderen ein. Noël kontert mit den Fäusten 2 zu 0. Kurze Distanz, Noël wieder mit der vorderen rein, jedoch ohne Wertung. Aktive Kicks von Sebastian. Konter von Noël mit dem Fäusten trifft, Punktend, 3 zu 0. Sebastian mit der hinteren rein. Noël geht mit. Für beide einen Punkt, 4 zu 1. Sebastian geht mit den Fäusten rein, verkürzt auf 4 zu 2. Aktiver Angriff von Noël mit dem Fäusten trifft, Punktend, 5 zu 2. Ziemlich kurze Distanz. Aktive Kicks von Noël. Keine Treffer. Sebastian geht mit. Noël Punktend, 6 zu 2. 50 Sekunden noch zu kämpfen. Noël punktet, 7 zu 2. Es geht weiter, noch 43 Sekunden. Aktueller Punkt der Unterschied, 5 Punkte. Angriff von Sebastian. Konter von Noël. Punkt von Noël, 8 zu 2. Sebastian geht rein mit dem Fäusten. Noël geht mit. Für beide Seiten einen Punkt. Noch 25 Sekunden zu kämpfen. Aktive Kicks von Sebastian. Noël kontert mit dem Fäusten. 10 zu 3. Aktive Kicks von Noël. Sebastian geht mit. Sie wird in die Ecke gedrungen. Kurzer Break. Sie wird von der Ecke aus weitergekämpft. Noël kickt, trifft, punktet. 11 zu 3. Letzten Sekunden der ersten Runde. Und Halbzeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.